In Niedersachsen, Tos Bersenbrück vs. SV Atlas Delmenhorst und Atlas Delmenhorst gewinnt die Partie und ist dadurch im DFB-Pokal vertreten, was mich riesig freut, denn ich habe in diesem Spiel den Verein krass lieben gelernt. Der Verein spielt manchmal noch geilen Fußball, also gefällt mir, wie die hier aufgetreten sind, dann das Logo ist, also ich feiere das Logo, das ist so dreieckig, ihr seht das Logo, ja, ich finde das Logo geil und deswegen, mich freut es, Delmenhorst nächste Saison auch im DFB-Pokal zu sehen und deswegen, Glückwunsch nach Delmenhorst.